Oh Mann, oh Mann, ich bin echt. Ah. Los, alle rein hier. Okay. Wir müssen jetzt in die vierte. Ah, das ist wirklich wie so eine Musikbox. Das gefällt mir irgendwie. Okay. Wir können anscheinend jetzt in zwei Richtungen. Da ist wieder so eine Vorrichtung. Und da geht's. Wartet mal. Erstmal speichern. So, und bevor ich da hinlaufe, gehe ich auf die andere Seite. Okay. Und da geht's. Okay. 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 Wo sind die? Ich seh's nicht. Okay. Also stimmt die andere Vorrichtung. Mit der können wir garantiert noch nicht. Okay. Dann gehen wir doch erst einmal da hin, wo wir sollen. Okay. Hat der Ort, der strahlt wirklich was aus, wo man ein bisschen Furcht bekommt? Also ich fühl mich da nicht sehr wohl. Es ist ein bisschen erdrückend unheimlich. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Müssen wir wirklich jetzt hier weiter, nicht mit der anderen? Bei der anderen können wir glaube ich noch nicht fünfte Ebene... Oh. Okay. 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 Das ist ein echt mieser Entdeckertrank, den ich habe. Boah. Boah. Lass... Meine Güte. Fünfte Ebene. Fünfte Ebene. Musu Fushu. Erlöst uns drei Hüter auf der oberen Ebene. Okay. Dann wollen wir mal. Ich glaube, ich muss dann doch nochmal auf die andere... Um auf die andere Seite zu kommen, muss ich wahrscheinlich... doch den anderen Aufzug nehmen. Au. Das gefällt mir aber gar nicht, was man hier mit mir macht. Auch noch die Verteidigung senken. Oh, der ist schon mal weg. Und jetzt kommt ihr komischen Vögel dran. Ich glaube, hier muss ich auch nochmal sagen. Hätte ich jetzt... Zwischendurch nicht Grysarium-Punkte gesammelt und da aufgebessert... Ich glaube, wir würden uns hier so abmühen. So kommen wir noch einigermaßen ganz gut durch und kriegen wenigstens was von der Story mit. Ja. Ja. Mission erfüllt. Auf der Seite haben wir das jetzt. Wo ist die Storm? Auf die andere Seite kommen müssen wir das andere nehmen. Ich hab's. Ich hab's. Er echt geahnt. Wunder in die Vierte. Wunder in die Vierte. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Hm. Wie geht's hier durch? Wir haben nicht wirklich was zu übersehen glucose. Eeeh. Eeeh. Da liegt was. Hihi. Ausgetrickst. Sechste Ebene. Können wir denn von der sechsten wieder auf die fünfte kommen? Kann ich die... Nein, die Sequenz kann ich natürlich nicht überspringen. Um... In der Ohrenebene Vitala. Aber wie komme ich da hin? Auf der anderen Seite ist wieder was. So eine Fischne. Ja? Wow Ein neuer Raum des Turms ist nun zugänglich Ah, jetzt kommt man da ran Alles klar Alles klar Jetzt können wir Na, lass mich in Ruhe Ich hab hier eine Mission zu erfüllen Ein neus So, noch einmal Speichern Dann komm her Mit dir einmal ein Hühnchen zu rupfen Analyse Analyse Jetzt kriegt er doch Schaden ab Ähm Okay, ich bin langsamer Ist das ätzend Ich hoffe, dieser Zustand verschwindet gleich wieder Oh, Heilung bitte Ja, nicht ganz Heil mal lieber eine Weile, Hoop Oh Also Hoop kann Äh, nicht Hoop Slow kann ja gerade fast gar nichts machen So Das dürfte Ja, doch einigermaßen Hinhauen Okay Die Mission ist erfüllen Füüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Analysator Äh Das Vieh, da ignoriere ich einfach mal Penankalan Okay Das heißt, wir müssen wieder Eine hoch Mann Das ist ja wirklich hier hinten her Ich bin ja froh, dass wir Nicht dreht Müssen wir Das hier alles gedreht sein muss Ich Die eben hin und her laufen wegen der Mission Das mag ich ja noch ganz gern Und da ist das Ding, was ich gerade eben gehört habe Und da drüben ist die Mission Okay Wo einmal jungen Zeck Ih Okay, mit euch kann ich noch Oh Gott Mit denen kann ich noch leben Gehen wir mal aufhören So ist zu flattern Wow Hier ist was los auf dem Bildschirm Und dann Das darfst du Nein Hierzu Das darfst du Ich hilf aus Uh Ich hilf aus Das darfst du Es ist Ich glaube Ich hilf aus Ich hilf aus Ich hilf aus So, die anderen sind ja jetzt ein bisschen einfacher. Oh, so schnell war es auch schon vorbei. Okay. Naja, Aufzeichnung erhalten. Stütze der Kolosse. Oh. Oh.